Wie kann eine Präsentation ab einer bestimmten Folie gestartet werden? Ich gebe mich zum Beispiel jetzt in die Folien-Sortieren-Sicht, wähle mir hier die, welche Folie nehmen wir uns da, die neunte Folie hier aus. Ich muss jetzt schauen, dass diese Folie auch tatsächlich eingeblendet ist und gehe dann hier auf Bildschirmpräsentation oder drücke F5 und sie startet dann genau diese Präsentation ab der jeweils gewählten Folie. Ich kann auch während der Präsentation zu einer bestimmten Folie springen, wenn ich die rechte Maustaste drücke, komme ich zum entsprechenden Kontextmenü und kann dann hier ganz gezielt zu bestimmten Folien springen. Du siehst, dass hier Folie 5 und 6 nicht angezeigt werden, weil ich sie vorher ausgeblendet habe. Ich kann jetzt hier zum Beispiel zu Folie Fakten springen.